Ihre Gesundheit ist Ihnen wichtig? Dann ab nach Bad Abach. Sie wissen, wie es geht? Sie haben Einfühlungsvermögen, Organisationstalent, praktisch-technisches Know-how? Als medizinische Fachangestellte können Sie sich in Abach richtig wohlfühlen. Der Arbeitstag ist vielfältig und genau das macht es spannend. Von der Arbeit am Schreibtisch, über die Bedienung der Sono-Geräte, der Blutabnahme, dem Verbandanlegen bis zum Gipsen. Das Team ist super und die Atmosphäre angenehm kollegial. Und das Beste ist, Sie arbeiten in der Pflege und haben trotzdem am Wochenende frei. Nach Feierabend können Sie bei schlechtem Wetter im neuen MTT-Raum trainieren. Oder wenn's Wetter passt, raus in das wunderschöne Altmühltal mit seinen Sehenswürdigkeiten. Von der Befreiungshalle bis zum Kloster Weltenburg. Mit einer zünftigen Brotzeit zum Schluss. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Asklepios Bad Abach.